Ja, so sieht unser Hotel Caribe Katagena von außen aus. So ein richtig alt, ehrwohnisches, spanisches Hotelgebäude. Nicht ganz so alt, was man denkt, ist aus dem 16. Jahrhundert. Es ist eine sehr schöne Anlage. Man muss ehrlich sagen, schon in die Jahre gekommen. Muss mal ein richtiger Prachtbauten gewesen sein. In diesem Video stelle ich euch das Hotel Caribe in Katagena vor. Die Außenansicht, die Hotelanlage und natürlich unser Zimmer und was das übrigens kostet. Gracias. Die Außenansicht, die Hotelanlage und die Hotelanlage und die Hotelanlage und die Hotelanlage, der Hotelanlage und die Hotelanlage. Da sind auch Rehe rum. Da ist ja gar keine Rehe. So ein Papageien. So, jetzt gehen wir mal zum Pool. Hier haben wir nämlich einen richtig großen Pool, also ihr habt ja hier eine 425 Meter lange Schwimmbahn, davor ist noch so ein Kinderbecken, jede Menge liegen. Nebenan vom Pool ist ein Restaurant. Überlegt euch ganz genau, was ihr hier bestellt, denn wir haben, also mein Kuppel hat gestern hier abends Spolan-Ess gegessen. Für 35.000 Pesos. Dazu kamen natürlich 10% Trinkgeld, die berechnet werden. Finde ich zu teuer. So, morgens kann man frühstücken. Das ist nämlich in den Raum hier drin. Ich gehe mal an eine Fensterscheibe ran. Ich habe schon die Frühstückaufnahme mit meinem Handy gemacht. Frühstück kostet übrigens extra 14 Dollar. Lohnt sich aber. So, die Aufnahmen vom Buffet füge ich euch natürlich noch mit ein. Dann geht's. P condensate. leasse Untertitelung des ZDF, 2020 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 englisch kommt ihr nicht weit er gibt es eigentlich zu dem hotel nichts zu sagen das war's und bis zum nächsten video na Hallihallo, guck mal hier hast du eine schöne Flasche, guck mal was ist das, na, was ist das? Kuss sie auf, nicht mein Handy, nee, du Pick rauf, ist sie kaputt, hau rauf Jaaa, soll ich die mal für dich aufmachen? Ich mach die mal für dich auf, ah, guck mal, das Wort da, trink mal Jaaa, na lust ab, ja, lass gucken mal an dich ich mach die mal für dich aufmachen Und wir haben uns die Mischung, ganz gut Haar, reicht aus.